Ich weiß nicht, ob ich es schaffe zum Aufnahmetermin und wenn ich es doch schaffe, habt ihr dann nächste Woche, wie viel sind es, sechs Folgen Project Ozone und zwei Meduja Craft, wenn alles soweit funktioniert. Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sky Factory 2.5. Ja, und diesmal ohne Musik, weil ich habe jetzt schon wieder ein Copyright Claim bekommen von der Firma. Moment, habe ich dich? Ich habe alle eingesammelt. Nee, du gar nicht. Von der Firma, von der ich schon mal eine bekommen habe oder von dem Netzwerk quasi, von dem ich schon mal einen bekommen habe. Was ich komisch finde, weil eigentlich sollte das soweit alles geklärt gewesen sein. Ist anscheinend nicht so. So, schauen wir mal, was dabei noch rauskommt. Und, öh, wieso ist da 10, 70? Ich habe das Ding hier mal nach rechts verschoben. Weil ich gesehen habe, dass energie-technisch da nicht so viel ankommt, wie es eigentlich sein sollte. Das Lichtlevel geht jetzt auch ziemlich runter. Und ich dachte mir, vielleicht sollten wir hier mal Effizienz-Upgrades und Low-Light-Upgrades reinsetzen. Dafür bräuchte ich aber diese Spiegel. Die sind ja nicht so teuer. Ja, nein, falsche Kiste. Wieso verbindest du dich eigentlich mit der Kiste und nicht mit der, mit der ich dich verbinden will? Ja, wie viel brauchen wir denn davon? Machen wir einfach mal ein paar. Ja, müsste theoretisch erstmal reichen. Jedes Mal, wenn einer von euch rauskommt, ihr seid so grün. Ich denke immer, da kommt ein Creeper. Blöde Dinge. Aha, ich hau euch, ich hau euch. Tutu, ich hau euch, ich hau euch. Mist, jetzt komme ich nicht mehr an die Tür ran. Ich hoffe immer noch, dass ich von denen irgendeine schöne Lootbox oder sowas bekomme. Nein, doch kein Creeper. Wieso müsst ihr so grün sein? Man sieht nichts mehr hier drin. Vor allem mit dem Shader. Und wieso könnt ihr eigentlich Türen aufmachen? Hä, wer hat euch das erlaubt? Ja. Ich habe immer noch keinen Plan, was ihr macht. Aber es ist einfach schöner, wenn ich euch kille. Nein, irgendwo muss ich doch mein ganzes Zeug mal reinzimmern können. Da, äh. Ich denke mir noch, ich habe da so einen großen Spiegel noch übrig. Also sowas hier, Solarzelle. Ja, genau, Solarzelle 1. Weiß nämlich jetzt nicht mehr genau, was ich brauche. Äh, wir müssen uns mal wieder ein Brot machen. So, komm her. Ich will keinen Salat jetzt. Geh weg. Muss echt noch schauen, dass ich mir eine bessere Futterquelle, äh, ja, Futterquelle, Nahrungsquelle suche. Ihr seid echt nicht ausgewachsen? Nicht? Du auch nicht? Weiß, ich könnte jetzt mal kurz mit dem hier drauf halten, aber habe ich keine Lust zu. Ja, äh, da. Stäbchen, genau, würde ich auch noch sagen. Da hinten habe ich auch noch was hingezimmert, an Fläche. Und ich habe gedacht, dass der Zauberstab, also diese diamantene Dingsbums hier zerbricht in der Zwischenzeit, während ich das ganze Zeug mache. Aber nö, da hat durchgehalten. Das fand ich schön. Jo, Brot. Und... Oh, nö, kein Nabus. Moment. Hier. Da habe ich noch nicht drin. Ich habe da nirgendwo mehr was. Und ich habe mir auch gedacht, ich könnte ja eigentlich mal mit Botania anfangen. Ich habe hier mein Lexika Botania. Nein, du sollst da nicht rein, du sollst da oben rein. Dafür bräuchte ich aber einige von diesen Blümchen. Aber ich weiß nicht genau welche. Letzte Mal, als ich mit Botania irgendwas gemacht habe, war es bei Infinity Evolved. Glaubt, das müsste das gewesen sein. Lässt sich hier irgendwas decken? Mit euch müsste ich auch mal weitermachen, damit ich da noch andere haben kann. Das ist jetzt momentan nicht so wirklich notwendig und dringend. Ja. Lexika Botania. Leider bist du nicht in Deutsch. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, es in Deutsch machen zu lassen? Äh, ja, ich weiß, wie Lexika Botania so halbwegs funktioniert. Ich weiß nur nicht, wie man anfängt. Ich will auch kein Video sehen. Show Notes. Nein. View Online. Nein, auch nicht. Ich will nicht das Tutorial. Nein, das war jetzt nicht das, was ich will. Ah. Basics. Tutorials of the Basics. So. Das steht hier drinnen. Ich will jetzt kein Video anschauen. Ah, okay. Blütenblatt-Tigel. Also, ich weiß, dass auf jeden Fall eine dieser Blumen richtig, richtig, wichtig war. Kommt zu Botania war das, was wir gerade gehabt haben. Äh, ich will aber dieses blöde Video jetzt nicht anschauen. Seht mir was anderes. Was steht da drinnen, wie es auf Deutsch heißt? Äh, Blütenblatt-Tigel. Ja. Blütenblatt. Wieso schreibst du, dass es Blütenblatt-Tigel heißt, wenn es dann nicht so genannt wird? Äh, Po... Ja. Natürlich hat es den Namen. Dafür brauche ich die Blütenblätter und Steine. Steine kriege ich hin. Blütenblatt. Ah, okay. Kriege ich auch hin. Ja. Äh, ist ja eigentlich... Ich glaube, es ist egal, welche ich nehme davon. Seid ihr alle Botania? Ne. Habe ich noch andere Botania-Pflanzen? Botania? Botania. Nein. Nein. Können wir bestimmt noch welche holen, wenn ich mit, äh, Bone Meal da irgendwo draufklick. Ich brauche, geht nicht. Ah, egal. Holz. Ich wollte noch Holz mitnehmen und da hinten wenigstens irgendwie eine Kiste oder sowas hin platzieren für Botania. Mh... Machen wir hier Botania? Ja. Moment, noch zwei mehr. Da haben wir eine Doppeltruhe. Ja, und da geht auch das Telefon wieder los. Ist jetzt nicht schön. Ja, du hier. Ich kann dich theoretisch nochmal verkraften, aber mag ich jetzt nicht. Ja, und eine Doppeltruhe. Bup, bup. Tschüss, Go. Äh, von euch habe ich momentan nur eine. Moment. Ja, du bist auch Botania? Okay. So, er hat ja gesagt, damit funktioniert. Haben wir dann noch Steinchen? Also, ich meine, wir haben Millionen von Steinchen hier hinten in der Kiste. Äh, da. Gib mir einfach mal so ein Stack mit. Ja. Wie schaut denn das jetzt aus? Ich brauche erstmal von euch welche. Da und da. Und dann hier unten was. Und eine Dome. So, jetzt habe ich dich. Und ich dachte immer, für euch brauche ich auch noch Wasser. Ich habe meinen Eimer irgendwo reingelegt. Ich bin sehr intelligent. Jo, Moment. Eimer. Eimer? Eimer? Wo bist du? Eimer? Eimer? Habe ich jetzt den Eimer rein? Geht doch nicht. Ich habe doch gerade noch einen Eimer ins Inventar. Oder im Inventar gehabt. Habe ich den da rein gelegt? Nee. Gibt es doch nicht. Irgendwo muss doch mein Eimer sein. So. Nö. Ich habe den rausgelegt. Die Frage ist nur, wo? Da drin? Die ganzen Kühe hier. Bleibt doch mal in eurem Gehege. Da ist er drin. Danke. Oh. Mal schauen, ob wir mittlerweile ein bisschen Lapis bekommen haben. Da ist auch nichts. Da. Da war Lapis. Ich habe es genau gesehen. Gib mir Lapis. Da. Noch einen. Dann könnten wir dieses Effizienz-Upgrade. Und mal bauen. Und dafür brauche ich in der Solarzelle 2. Äh. Das heißt, ich brauche noch mal welche. Nochmal ein Lapis. Ja. Okay. Das hat dann nicht so funktioniert, wie ich wollte. 16 Ton brauche ich auch noch. Ton. 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 Kein Ton. Na, dann müssen wir hier ein bisschen Sand nehmen und da Kies draus bauen. Wie viel werden wir denn brauchen? Na, machen wir mal zwei. Ja. Zwei klingt gut. Ja. Da rein. Du kommst da. Nein. Du kommst da nicht mit. Du kommst da mit. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser in unseren Dingern. Glaub nicht, dass ich da noch Ton vorbereitet habe. So. Einmal da rein. Und. Einmal da rein. Müsste jetzt nur noch der Dust fertig sein. Dann hätten wir auch den Ton dafür. Und hier ist mittlerweile. Keiner. Es ist jetzt wieder Nacht. Sonnenfinsternis oder was? Drei Uhr nachmittags. Ne. Das ist ja auf 100%. Ist es echt wegen dir, dass meine ganzen Dinge hier jetzt kein Strom mehr bekommen? Wäre ja richtig mies. Müsste ich mir echt noch was anderes einfallen lassen. Wüsste einer noch, wie man hier irgendwas Schönes an Energie herbekommt? Ach. Ich muss euch ja hinsetzen. Nein. Ich baue noch einen. Moment. Da rein. Und. Mach mal so. Tu wieder da oben hin. Erstmal den Kies durch. Noch einmal Dust. Das ist richtig mies. Wenn ich so viel Energie verbrauche für diesen blöden Flugdings hier. Also ich meine, ich finde es geil, dass ich fliegen kann. Aber das ist so viel verbrauchtes Mist. Ja, ich kann teilweise dann echt nicht mehr fliegen. Und ich glaube wirklich, dass es mit der Energie zusammenhängt. Das ist schade. Moment, habt ihr mir. Ihr habt mir natürlich nichts mitgebracht. Moment, ich schalte dich hier mal aus. Solltet ihr auch wieder ein bisschen mehr Energie bekommen? Ja, wesentlich mehr. Oh. Das ist aber richtig mies. Du bekommst immer noch nichts. Ich bin auch sehr komisch. Ah ja, okay. Du stehst ja auch direkt hier dran an dem. Das heißt, du bist eigentlich immer aufgeladen. Du brauchst 20 Redstone Flux per Tick. Du bringst mir nur so wenig. Oh. Blöd. Richtig blöd. Kann ich da nicht, kann auch nicht mehr oder noch nicht schlafen. Für dich in der Mitte habe ich ja noch irgendwas gebraucht. Kann ich davon irgendwas machen? Okay, machen wir das schnell. Moment. So. Einen da hin und Bruchstein außen rum. Und dann ist es auch schon wieder fertig. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich länger dafür brauchen werde. Lappels. Ja. Lappels. So, dann war das das. Okay. Dann brauche ich... Ich glaube, ich habe mir einen zu viel gemacht. Ah, man kann nie zu viel von euch haben. Und Ton. Komm. Ja, schon wieder Energie. Für das Low Light Upgrade brauchte ich Glowstone Dust. Eigentlich nur Glowstone Dust. Sollten wir auch hinbekommen. Ja. Glowstone Dust und ein bisschen Glas. Glas war da drinnen. Ja. Wäre das auch schon fertig fast. Ähm. Das war wieder einer von euch. Und Steinchen außen rum. Dann dahin. Glas. Glas. Und... Glowstone. Glowstone. Ja. Low Light Upgrade. Schauen, ob sich jetzt die Effizienz erhöht. Und ja. Schon. Aber nicht so krass, wie ich eigentlich gehofft habe. So. Dann bauen wir noch Licht zusammen. Jetzt hier ins Upgrade. Und dann pennen wir mal und schauen mal, was dann passiert. Ich brauche so viel Energie. Ich kann nur Nacht schlafen. Ich weiß. So. Wieder ein neuer Tag. Und ich muss mir echt schauen, dass ich mir das nächste Mal anschaue, wie das mit dem Botan hier funktioniert. So. Wir bekommen echt wenig Redstone Flugs, oder? Ich habe dich hier schon ausgeschalten. Also an dir kann es nicht liegen. Die da vorne, die brauchen fast überhaupt nichts. Du wirst nicht angehen. Du bist ja auch fast wieder voll. Du auch. Seid eigentlich bloß noch ihr hier, die Energie verbrauchen. Was gibt es denn noch? Ich schaue mal mit euch kurz durch. Generatoren. Ender IO. Verbrennungsgenerator. Benötigt Kühlmittel. Können wir theoretisch auch herstellen. Ich war die ganze Zeit am überlegen, dass solche Dinger, die irgendwas konsumieren, nicht so gut sind. Aber wir sind hier eh kein Server. Also wir können einfach Sachen raushauen. Oder reinhauen. 160 Redstone Flags sind auch nicht gerade viel. Der Generator, der schaut doch auch geil aus. Rakonischer Barren. Wie bekomme ich dich denn zur Hölle her? Loopbox habe ich dich auch nicht. Wärser gesagt, ich habe hier fast nie eine Loopbox bekommen. Rakonischer Staub. Bekomme ich dich irgendwie her? Rakonic Orderst. Also müsste ich dich hier irgendwo rausbekommen. Oder auch nicht. Weil du mir nirgendwo irgendwas anzeigst. Hallo? Du musst dich doch irgendwo bekommen. Habe ich dich irgendwo schon drinnen und weiß es nicht? Oh, die Rüstung finde ich so geil. Verbräuchte ich aber wesentlich mehr von euch. Ja. Hier ist nix. Irgendwie muss man die ja bekommen können. Ist es wieder so wie Botania, dass man irgendwas mit oder speziell für die Dinger machen muss? Schauen wir doch mal. Rakonische Mischung veraltet. Daup. Nö. Orders. Nö. Hier bekomme ich auch nirgendwo. Ich sehe hier nicht, wie ich an dieses Erz rankomme. Oconium Gravel aus dir. Ah. Crushed Endstone. Ich brauche Endstone für dich. Und wie bekomme ich Endstone? Endstein. Mit Stein und Enderman Essence. Ah, da ist was. Lava Eimer plus Glowstone Dust ist Endstone. Okay. Das hört sich einfach an. Lava Eimer. Gut da rein. Ich hoffe mal in der Zwischenzeit brennt nix ab. Endstone. Und dich können wir dann einfach crushen. Und daraus bekomme ich dann das Zeug. Ich will jetzt hier nur einmal probieren. Dann schaue ich, dass ich für die nächste Folge genügend von diesen drakonischen Sachen daher bekomme. Dass wir diesen Generator mal ausprobieren können. Außer sagt einer von euch, lasst es mit diesem Generator. Der ist komplett für den Eimer. Und ich schaue mir auch nochmal an, wie das ist mit, ähm... Ja, Botania. Ach und noch was. Es wird nächste Woche, weil ich keinen Plan habe, ob ich es schaffe aufzunehmen. Diese Woche, äh... Zwei, äh ne, vier Folgen auf jeden Fall von Project Ozone 2 Reloaded kommen. Mit Yama und mir nur. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe zum Aufnahmetermin. Zinn. Toll. Ja, schauen wir mal, dass wir dann nächsten Mal irgendwas Schönes bekommen. Äh, ja wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe zum Aufnahmetermin. Äh, und wenn ich es doch schaffe, habt ihr dann nächste Woche, äh... Wie viel sind es? Sechs Folgen Project Ozone. Und zwei Meduja-Kraft, wenn alles so weit funktioniert. Und wenn nicht, habe ich dann wenigstens die vier Folgen Project Ozone. Mit der ihr dann irgendwas Schönes machen könnt. Zum Beispiel anschauen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zusehen und bis zum nächsten Mal.